da ist schon wieder hallo was könnt ihr denn was wieso ich items besser die hundekostüm in eine ganz das ist ein wolf ich mag ich kenne ein lied Alle wissen, dass das ein Tiger ist, Chad. Boah, ich hoffe, ich werde einmal Dueling Dodo. Ich habe einen guten. Ja, aus. Drei Leute sind schon tot. Es sind drei Leute tot. Guck mal hier, da, Lu. Warum? Hier ist die Leiche. Warum reportest du den nicht? Hier geblieben. Die Mama, sie kommen jetzt mit. Du hast vor meinen Augen getötet. Ich will nicht mitkommen. Edelms, komm mit. Warte. Nein. Komm jetzt mit. Nein. Items? Eigentlich müsste ich mir was bestätigen. Na okay, warte. Was hat denn ihr hier schon wieder angestellt? Geh weg da, Knechti. So, bestätigt. Sag mal was, Knechti. Du bist ja fremd. Was soll ich denn sagen? Habe ich eine hohe Stimme? Nein. Waren hätte es alle Ja sagen müssen. Waren hat der Dreck am Stegel. Ja, ja, hat er auch. Ja, bei Luys Tod wäre schon fein. Oh, bei Luys ist gestorben, das tut mir so leid. Das war der erste, der da lag. Auch das stand die ganze Zeit unter mir, stimmt. Aber da bin ich ja dazugelaufen, das bitte ja, dass ich das nicht war. Ich war nämlich nie jemanden ermorden. Ich bin mit Giften so rumgelaufen, das war fein. Das ist auch gesagt. Und hast du mit Giften Doppelkirchen gemacht? Nee. Anscheinend nicht. Kein Doppelkirchen, war ein Einzelner. Aber der kam nicht von mir. Also die Ville liegt als Professionelleiche links bei der Fingerprint Couch. Und wer hat jetzt die Ville umgebracht? Das muss Knechti gewesen sein. Und wer hat Valui gekillt? Kann man was sagen? Valui! Aber ernst. Das ist egal. Und wie kommst du jetzt direkt auf mich, Dallo? Ich habe deinen Namen nur gesagt, weil ich gerade beim Drüberfliegen über deinem Namen war. Nee, ich bin Detektiv und du hast ein Kill-Symbol neben deinem Dingenskopf. Das ist gelogen, ich bin Detektiv. Ich bin die Tiger-Empse. Das ist gelogen, ich bin Detektiv. Ich bin Sky. Ich wollte mit ihm ein bisschen RP'n und er ist einfach weggelaufen. Eichen, warum machst du sowas? Wer ist jetzt alles Detektiv? Ich. Ich. Na auf Dallo, der ist nicht Detektiv. Idem so lügs. Ich kann nicht abschießen. Der ist das Detektiv hat mir Waffe. Detektiv kann ich schießen, nein. Der ist der richtige Detektiv, ja. Wir haben nur einen Markt und machen Bürokram. Du weißt gar nichts, hab dich richtig mitgehoben. Dankeschön für die 5 Sub gibt's, vielen, vielen Dank. Nice, jetzt kannst du da noch die richtige Rolle. Ja. Was ist ein Rentner? Dankeschön, Weber Grill für die 5 Sub. Jan, Dankeschön für deinen Sub. Äh, nö mit OBLR, danke für elf Monate. Ich bin ein Detektiv. Ich find mehr raus als du. Ich bin Detektiv. Ich kann sagen, dass 4 Leute tot sind. Was kannst du? Äh, habt ihr den Todesort von mir gesagt? Ich weiß, wer böse ist. Und wer? Julie. Wie immer. Ja gut, das ist, das ist lobe. Der ist schon wieder, wer tot, der Kill ist nicht alt, wer ist gestorben? Ich werde jetzt erstmal hier meine Detektivbrille aufsetzen. Ach, hab ich schon. Aber ich bin Detektiv. Ich bin Detektiv. Bin Detektiv. Wir waren da unten rechts nicht. Ich weiß halt leider, mit wem Julie zuletzt rumgelaufen ist. Wer ist denn da unten rechts gerade in den Raum? Nein, das weißt du nicht. Unten rechts im Raum? Ja, da wo du das Kissen klopfen kannst. Ja, aber da ist gerade jemand reingelaufen. Ja, aber da ist gerade jemand noch reingelaufen. Ja, wahrscheinlich ist der Nephi. Der muss nicht sein, der hat der Report. Nee, Nephi und ich standen an der Leiche. Warte, ich stand an der Leiche? Nee, Nephi und Holla. Ich bin draußen. Ah. Also, Knechti ist zuletzt mit Julie rumgelaufen. Julie hat ihn noch gefragt, irgendwie weich mich ein. Weih mich ein, Knechti. Und Kundran kam von links nach oben gelaufen. Mega, danke für fünf Monate. Dankeschön. Also, für den Kill kommen theoretisch Kundran und Knechti in Frage. Ich kann Knechti rausnehmen. Ich bin halt einfach bloß durchgelaufen. Ich bin mit Knechti langgelaufen. Wir haben uns am Drohnenleuchter getroffen und mich von oben runtergekommen. Knechti kam von rechts, aber dann hat Julie noch gelebt. Woher weißt du, dass Julie da noch gelebt hat? Weil Julie noch hinter uns hergelaufen ist und sich dann umgedreht hat. Woher weißt du, dass sie sich umgedreht hat? Weil sie sich hinterhergelaufen ist. Woher weißt du das? Also Kundran oder Nefi? Weil sie nicht mehr da waren. Woher weißt du, dass sie weg waren? Er hat Nefi nicht gerade gesagt, er stand mit jemanden an der Leise. Er stand mit mir an der Leise. Das heißt nicht, dass er sie nicht produziert hat. Also eben war Adams ganz schön komisch. Also ich kann Gipi rausnehmen. Und dass Nefi sich die ganze Zeit doch nicht mit in die Rechnung reingelernt hat. Warum sollte jemand, der die Leiche reportet, sich mit in die Rechnung reinnehmen? Ja, weil er die ganze Zeit daneben stand. Ja, aber du nimmst dich doch selbst nicht in die Rechnung rein. So, ich löse jetzt hier einen Mordfall. Vielleicht war ich es. Ja, doch immer. Das mache ich immer so, ne? Hallo. Hallo. Ventrix, danke schön für deinen Sub-Gift. Vielen, vielen Dank. Ex-Haus, danke für deinen Sub-Gift. Herzlich willkommen. Dankeschön. Leute, vielen, vielen Dank für euren Support. Ich mach an. Die Holla macht an. Das Liss ist an. Was soll das jetzt da, Liss? Was soll das sein? Also, Holla, Kunran und ich kamen von rechts unten durch die Main Hall. Und du bist der Einzige, der aus der Richtung kam. Ja, was ist, wenn die Leiche aber links außen lag und ich report habe und ich von oben kam? Von ran hast du Nephi gesehen? Okay Nephi, wenn ihr doch am Licht seid, warum sollte ich jemanden killen, dann mich zu euch zum Licht stellen, um dann mit euch die Leiche zu finden? Warum gehe ich dann nicht weg? Um genau das Alibi zu haben. Welches Alibi, wenn du direkt meinen Namen callst? Wie definiert sich Alibi? Also, ich kann dir sagen, was Kunran für ein Lied gesungen hat. Ja. Das Licht ging aus, wir gehen nach Haus, aber wir waren da rum, also ich bin in der Hölle. Okay, okay. Aha, aha. Ich gehe einfach davon aus, dass die Leiche vielleicht sogar schon davon lag, als ich ins Licht reingegangen bin und einfach den Report-Button nicht gesehen habe. Warum können das GP und ITEMs nicht sein? Also, nehmen wir an, Dalu sagt die weiter, müssen es ja GP oder ITEMs sein. Ja. ITEMs stand doch auch gerade, bitte uns da, oder? ITEMs habe ich da nicht gesehen. Ich habe euch drei, habe ich nicht gesehen. Ich habe Kunran, Holla und Nephi gesehen. Ist kurz nach links. Habt ihr euch denn alle gesehen, Kunran, Holla und Nephi? Ich habe die drei nur gesehen. Nein, Holla und Nephi, ja. Und Dalu. Also, ich habe das Licht aus, also, Holla habe ich durchgängig gesehen am Lichtschalter. Kunran ist kurz links aus dem Lichtkegel raus. Er kann es auch gewesen sein. Ich meine, der... Ich glaube nicht, dass ich bis nach da oben... Aber das wäre halt ein wilder Move. Warum lebt ITEMs eigentlich immer noch? Ja, weil ich... Weil ich fein bin. Ich check ITEMs nicht. Ich bin absolut verwirrt. Also, ITEMs war eben fein. Du klingst wie Holla, die Weidfee. Ja, absolut verwirrt. Gipi wird ITEMs... Äh, Gipi wird Knechte nicht gekillt haben, weil er ihn gerade rausgenommen hat. Ja, ja, ich habe den eben rausgenommen. Wir sind eben zusammen umgelaufen. Kann ja nur ITEMs ein Fehler sein. Ja, Gipi, wir ist eindeutig niemand gewesen. Ja, dann drei standen da. Es kann ja nur ITEMs gewesen sein. Oder ich, wenn wir mich jetzt mit in die Rechnung reinnehmen. Äh... Das ist eigentlich Stormyers. Sehr gut, dass du dich mit reinnimmst. Du hast dich nicht mit reingenommen, Dalu. Ja, ich habe mich nicht mit reingenommen. Ach, nee! Nein! Nein! Das hat mich so irritiert. Das hat mich so irritiert, Alter. Vielleicht ist es tut mir leid. Ist doch alles gut passiert. Ach, jetzt war doch Dalu der Snap-Pum. Gipi, den anderen Dodo getötet. Ach, Mann. Ich habe es gesehen. Ich dachte, Dalu wäre mein Partner, weil ich dachte, dass... Nein! Wann lag die Leiche da schon? Ich bin einfach zum Licht gegangen. Nein, nein, nein. Ich wollte dich abstechen, aber der ist hochgesnäppt auf Knechti. Ich habe nichts gesehen. Es war aber dunkel. Vielen, vielen Dank, kann es. Jetzt aber nochmal. Run, run, run. Sabotieren. Oh. Nein, da noch was. Hallo. Hallo. Check. Check. Checkpoint. Check. 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 Was haben Sie? Check. Julie, lieber eine Schusswaffe oder eine Nahkampfwaffe? Lieber der Schuss. Oh, scheiße. Knechtigkeit durch Klappeln. Warte vorsichtig. Oh nein. Toxic End, danke für 15 Monate. Hannes, danke für deinen Sub. Lord the Candy, danke für 6 Monate. Pyron, danke für 22. Sally, danke für 5. Dankeschön, Leute. Vielen, vielen Dank für den Support. Ich weiß es sehr zu schätzen. Mit der Task wird das wirklich nichts. Alleine die Task dauert länger als alle anderen zusammen. Und jetzt habe ich unten im Warehouse auch noch den Shade. Ich würde nie... Nein. Also das ist ja... Das ist jetzt aber eine harte Anschuld. Ja, also ich habe... Okay, die Task, die ich habe, sind aber auch wirklich Orsch. Geilo. Nicht geilo. Ich habe... Oh mein Gott. Ja. Ich habe durch meine Fähigkeit gesehen, dass schon 5 Leute tot sind. Und... Hab keine Leichen gefunden. Was zur Hölle? Ich weiß nicht genau, wie es ablaufen könnte, aber ich wünsche mir, dass Claudi der Erste war. Ich weiß es nicht. Moment, wen haben wir denn... Ich habe ja ein paar Leute nicht gesehen. Ich hatte Mino und Holla gesehen. Irgendwo muss ja irgendeiner abgecampt haben und Leute gekillt haben. Also ich würde sagen, Mino und Holla nehme ich da raus. Mino war jetzt gemeinsam mit mir an der Glocke. Der hatte ich gesagt, dass 5 Leute tot sind und die ist mit mir zur Glocke gerannt. Die hätte mich klicken können, hätte das verhindert. Also Knechti konnte wenden. Das habe ich gesehen. Okay. Das stimmt, das habe ich auch gesehen. Der kam als wir... Warst du dann noch oben in der Bar drin da, du? Da kam er auf jeden Fall gerade aus dem Wend raus oben. Ich weiß nicht, ob du da noch in der Bar mit drin hast. Nee, ich habe ihn in den Wend in der Mitte gehen sehen. Okay. Jetzt hat die Frage, ob er dreist gemacht hat oder ob er hier der Wendeliebe ist. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwo eine Ecke ist mit mehreren Leichen. Weil wir sind ja relativ gut rumgelaufen. Wenn wir keinen finden, es frisst ja keiner. Es gibt keinen Walscher. Die Leichen müssten ja irgendwo sein. Ach, der ist aus? Ja. Könnten das Profi-Leichen sein? Ja, aber dann müssten... Bei diesen 5 Leichen... Dann hättest du irgendwann drüber laufen müssen. Also es war keine Leiche beim Bürgermeister, keine beim Friseur. Und in der Bar kam ich nicht mehr rein, bevor gepostet wurde. Ich war im Warehouse und bei der Polizei. Am Steg war keiner. Du bist nicht am Steg, Items. Ich stehe am Steg. Ich war vorhin beim Steg. Items? Was heißt Items? Easy Dodo-Runde, let's go! Oh fuck. Ja, der Dodo kann halt sein, aber er ist dann jetzt gecallt. Nein, nein, ich habe vergessen, dass wir warten sollten. Nö, jeder hat einmal geklärt dann, ne? Jeder. Wenn da jetzt drei Böse... Wenn die drei Bösen zusammenstehen und alles killen... Oh! 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 Wie heißt der? Ähm... Wie heißt der? Fuck, das ist nicht gut für mich. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Leute, ihr müsst mich retten. Ihr müsst mich retten. Wenn es noch einen Dodo gibt, bin ich am Arsch. Rettet mich. Rettet mich. Leute... Rettet mich! Tivi! 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 Rettet mich bitte! Ohne zu nur retten! Ohne zu nur retten! Holla ist Dodo oder was? Das ging schnell. Der wurde heimtückisch ermordet im Knast. Warte mal, war das jetzt Kunran oder war das Holla? Divi! Dissn! Ich war das nicht. Sicher? Ich war das nicht. Divi! Dissn! Nein, weil ich die dran hinlegen müssen, um Dodo zu töten. Ich glaube, er war es nicht. Also ich hatte quasi Dodo den Knast aufgemacht. Divi und Holla sind mit... Also sind aus einer anderen Richtung. Wir sind nicht zusammen da hingekommen. Und dann sticht Holla vor unseren Augen, wie wir jetzt nicht gesehen. Nee, Divi war das. Für mich sah es doch aus, als hätte Divi zugestochen. Ich war aber hinter euch. Ich fand das kein Dodo-Kräger. Nee. Weil der Aldo wäre schon lange früher fertig gewesen, hätte gegen gestochen. Das stimmt wahrscheinlich, ja. Der Aldo würde ja auch den Strich sehen. Ich war im Knast! Er war im Gefängnis, er konnte nichts machen. Ja, weil der Dodo war, hätte er sonst so schlecht gefunden. Ja, aber ich glaube, dass die Tasts schon fertig waren. Wir waren so lange jetzt schon unterwegs. Ja genau, ich bin der Dodo. Ja. Oh, da gehe ich aber mit, weil ich weiß, wen ich umgebracht habe. Let's go! Da kriegst du von mir eine Runde geschenkt, Holla. Ja, das ist jeder einzige Anhaltspunkt, den wir jetzt haben. Holla fliegt! Dann nehmen wir immerhin den Bösen die Runde weg. Ich habe meine Tasks sogar echt schnell gemacht. Ich hatte aber auch wirklich alle langen Tasks. Oh ja. Also ich hatte wirklich nur beschissene Tasks gehabt. Ja, vielleicht hat man auch einfach schon Leertaste-Spam da reingekommen. Ja. Ja. Also ich hatte ja wirklich Trash-Tasks. GG! Tatsächlich, okay, GG. Okay. Hätte ich lassen, dass Dodo so lange sind, dass er den Tasks nicht ist. Naja, wenn ich nicht im Knast gewesen wäre, wäre ich auch lange fertig gewesen. Alleine der Knast fällt ja extrem auf. Ich wäre schon in der ersten Runde mit den Tasks fertig gewesen, war aber bei der Polizei eingesperrt. Achso, ja, ich auch, Holla! Ich war unten rechts eingesperrt und hatte auch meine letzte Task. Ich war genau an meiner letzten Tasks und war eingesperrt unten rechts. Uff. Eh! Ich habe nicht这里. Ah! Ich war er! Hoo. Ja! Ich war! Jungen interaction lifecycle.